Hey und herzlich willkommen bei ADH Fishing TV. Mein Name ist Alex Kois und heute starten wir in die Forellensaison 2021. Das Wasser zu Beginn der Saison ist hoch, ist kalt, die Fische sind noch nicht aktiv, wir haben noch wenig schlüpfende Insekten und deswegen fällt unsere Wahl zu Beginn der Saison auf die Nymphen. Wir haben heute verschiedene Routen mitgebracht, klassische Nymphenrouten, wie ihr sie auf dem Markt findet, zum Beispiel von Thomas & Thomas, Cortland oder von Adams. Und wir haben uns eine Reihe unterschiedlicher Nymphen mit Jighaken und Tungstenperlen gebunden, mit denen wir auch bei erhöhtem Pegelstand relativ tief und langsam fischen können. Für unsere Fischerei heute haben wir uns die neue Folling Mill Fliegenkollektion für 2021 angeschaut. Dort finden wir einige sehr gut geeignete Fliegen für den Saisonstart. Sie sind zum einen schwer genug, das heißt mit Tungstenperlen und 3,5 mm beschwert. Und zum anderen finden wir dort auch sehr, sehr gute Signalfarben wie Chartreuse oder Rot, die bei erhöhtem und kaltem Wasser sehr gut funktionieren. Outro Hochno 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 Falls ihr lieber eure eigenen Fliegen binden möchtet, haben wir eines unserer Lieblingsmuster von Fuling Mehl hier für euch nachgebunden. Fuling Mehl 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 Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbinden. Wir wünschen euch viel Spaß bei euren ersten Stunden am Forellenwasser, viel Erfolg bei der Saisoneröffnung und Tightlines fürs neue Jahr.